Komm schon! Waffen runter, da! Nein, nein, halt! Nein, 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 bitte! Bitte! Zurück! Leg die Waffe weg! Du kannst einfach gehen, okay? Ich will... Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Du kannst nicht entkommen. Zurück! Halt! Verbrunten! Schau! Ach sie alle! Mach's! Schau! Warum ist der Strohmann? Ist egal. Findet den Einringling! Ruhe! 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 Das war's. Okay, we're best right. Okay, let's go. Okay, let's go. Hi, Laura. Oh, God. Oh, God. Oh, what's Abby? Du atmest, Spur. Du wirst es. Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Das ist deine letzte Chance. Ich verratte meine Freundin nicht. Ich verratte meine Freundin nicht. Ich verratte meine Freundin nicht. Einen schönen Tag bis hin. Die gucken. Ich bin's. Lillie, bist du okay? Scheiße, ist das dein Blut? Sie versteckt sich hier, in diesem Aquarium. Okay. Na komm, wir machen dich sauber. Aber hoch. Ich bin's. 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 Ich will dich nicht verlieren. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich habe einiges zurückgelassen. 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 Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Ich habe einiges zurückgelassen. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, geh ich zurück nach Jackson. Ich habe einiges zurückgelassen. Ich habe einiges zurückgelassen. Du sagst schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln… …hätte dich getötet… …hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh, mein Gott. Halt… Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Ah estiver… …näbesille sich nach zurück. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wo sind die zwei? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ja, ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und ist es okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir ihr, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hey, babe. Du musst die Tür für uns verriegeln. Okay. Hey, babe. Los geht's. Auf deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Mann. Wir sollen mal in der Stadt trocken bleiben. Los, hilf mir rauf. Okay. Hoch mit dir. Okay. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich hab... ...nicht erzählt, dass du's wusstest. Zu das... ...meint dich nicht. Das Aquarium eine Wolf-Basis? Das glaub ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Geis. Ändert das irgendwas für dich? Äh, nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Sind ein paar der Arschlöcher am Leben? Jeder sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Gut. Mist. Versperrt. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Versuchen wir es. Da hängt mir das Licht. Blockiert? Ja. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. In dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie hatten sofort auf dich geschossen, oder? Ja. Stimmt wohl. Tommy und Tommy. Nice. Kass. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Wir sind einiges gewies, warten auf die Einheit. Da lassen wir die Skauchstunde. Äh, letztes Mal... Das wird nicht wie letztes Mal. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Das ganze Ufer ist gesichert. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Hey. Hey. Hab Gottlauben. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir ne Wahl. Denk lieber dran, was ist, wenn wir es schaffen. Rechts benutzen. Die Eindringlinge! Ja! Hab ihn erwischt! Die Eindringlinge! Wir sind in der Beine. Wo sind sie hin? Du bist tot, hörst du mich? Okay, wo stecken sie? Das dürfte reichen. Scheißwurfs, Mann. Echt schießwütig. Sie führen Krieg mit dem verdammten Colt. Habt sie drüber reden hören? Seraphiten oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Was? Oh. Oh, was? Ah. Was sind das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie tun, Grunder? Wir wurden zwar auf falschen Zeit gewonnen, Mann. Was ist hier noch gut? Vielen Dank.